Wir schreiben den 3. August 1492. Einer der größten Entdecker der Menschheitsgeschichte, Christoph Kolumbus, sticht in See, um einen neuen Seeweg nach Indien zu finden. Von dem kleinen spanischen Hafenort Hueva aus, nimmt er eine kleine Volote von drei Schiffen mit der Pinta, der Ninja und der Santa Maria, um dort das neue Land und einen neuen Weg in das neue Land zu entdecken. Er ist mit seinen Matrosen, mit seiner Mannschaft etliche Monate unterwegs und die Stimmung sinkt, weil die Seemänner nicht mehr daran glauben, dass sie noch irgendwann ankommen. Doch dann, am 12. Oktober 1492, ertönt endlich der laute Schrei, nachdem sich alle gesehnt haben. Land in Sicht! Und nur wenige Zeit später landet die Mannschaft auf der Insel El Salvador. San Salvador hieß es, aber ist auch ganz egal. Und zunächst denkt Kolumbus und seine Mannschaft, hey, wir haben Indien entdeckt. Aber es war nicht Indien, sondern es war Amerika. Sie sind in der Karibik gelandet. Heute stehen wir auch vor etwas Neuem. Wir wollen nicht aufbrechen, um ein neues Land zu entdecken, sondern wir stehen vor einem neuen Jahr 2022. Einige hundert Jahre nach Christoph Kolumbus. Aber auch heute sind wir vor der Herausforderung, etwas Neues zu entdecken. Neue Schritte zu gehen in neues unbekanntes Land. Hinein in unbekannte Gewässer. Und wie es damals in der Zeit bei Kolumbus war, in seiner Mannschaft, ist es auch heute ja so, dass manchmal die Herausforderung ist, dass die Stimmung zu kippen droht. Und dass es schwierige Situationen gibt. Und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir mit diesen Situationen um? Ich möchte euch heute, am Anfang dieses Jahres mit hineinnehmen in einen Bibeltext, der mir in den letzten Monaten enorm wichtig geworden ist. Ein Bibeltext, der uns mit hinein nimmt in so einen neuen Aufbruch. Denn auch Jesus hat seine Jünger dazu herausgefordert, neu aufzubrechen, Schritte in neues Land zu wagen. In Lukas 9 steht die Geschichte von der Aussendung der zwölf Jünger. Und ich möchte uns diese Geschichte einmal vorlesen. Lukas 9, 1 bis 9. Er, Jesus, rief aber die zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und er sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen. Weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. Es soll auch nicht einer von euch zwei Hemden haben. Und wo ihr in ein Haus geht, da bleibt und von dort zieht weiter. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Stab von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf und predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Es kam aber vor Herodes, den Landesfürsten, alles, was geschah. Und er wurde sehr unruhig, weil von einigen gesagt wurde, Johannes ist wieder von den Toten auferweckt worden. Von einigen aber, Elia ist erschienen. Von anderen aber, einer von den alten Propheten ist auferstanden. Und Herodes sprach, Johannes, den habe ich enthauptet. Wer aber ist dieser, von dem ich solches höre? Und er begehrte, ihn zu sehen. Neue Herausforderungen, Schritte in ein neues Land. Dazu fordert Jesus seine Jünger in diesem Bibeltext auf. Und wenn wir in diesen Bibeltext reingucken, dann entdecken wir zunächst einmal drei Dinge. Das erste, Jesus ruft seine Jünger zusammen. Er schickt sie nicht alleine los, sondern immer zu zweit. Aber er ruft zusammen. Auch Kolumbus ist nicht alleine losgesegelt. Er hatte drei Schiffe und er hatte auf jedem Schiff eine Mannschaft, um gemeinsam unterwegs zu sein. Wisst ihr, als Christen, völlig egal, ob im EC oder irgendwo anders, wir müssen gemeinsam unterwegs sein. Und ich wünsche es mir so sehr für dieses Jahr 2022, dass wir anfangen, Gräben, die sich vielleicht in der letzten Zeit aufgetan haben, wieder zu überwinden. Dass wir wieder anfangen, aufeinander zuzugehen. Dass wir einander die Hand reichen. Und dass wir nicht mehr das Trennende in den Blick nehmen, sondern das, was uns verbindet. Nämlich der eine Herr, Jesus, der uns zusammenruft. Und für den und mit dem wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Lasst uns gemeinsam vorwärts gehen. Lasst uns gemeinsam in neues Land schreiten. Das zweite, was wir bei Jesus sehen, er befähigt. Ja, er bevollmächtigt sogar seine Jünger. Er sagt zu ihnen, ich gebe euch Macht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Befähigung. Das ist auch das, was wir als EC tun wollen. Ich kann nicht zu euch sagen, ihr könnt jetzt Kranke heilen. Das kann nur Gott tun. Aber wir können als EC euch befähigen, dass ihr euren Dienst tun könnt. Und das ist unsere Aufgabe. Wir wollen euch als EC dienen. Wir wollen für euch da sein und euch unterstützen, damit ihr den Dienst, den ihr tun, den ihr tut an den Kindern, an den Jugendlichen, dass ihr diesen Dienst noch besser tun könnt. Und ich möchte euch einladen und herausfordern, nehmt die Angebote, die wir euch machen, nehmt diese Angebote an. Ich werde euch nachher noch eines dieser Angebote vorstellen. Eine richtig, richtig gute Sache. Aber weiter hier in diesem Text. Denn das Dritte, was wir bei Jesus dann entdecken, er sendet seine Jünger aus. Es geht darum, rauszugehen. Es geht darum, vorwärts zu gehen. Wisst ihr, Kolumbus, er hat vieles hinter sich gelassen. Und er hat vieles riskiert, um diese Entdeckungsreise zu machen. Auch hier bei den Jüngern. Sie riskieren vieles. Und Jesus sagt zu ihnen sogar extra noch, nehmt nichts mit. Kein Stab, keine Tasche, kein Mandel, kein Geldbeutel, gar nichts. Lebt in dieser Abhängigkeit von Gott. Und ich möchte euch herausfordern und ich will mich auch gemeinsam dieser Herausforderung stellen, dass wir diese Schritte gehen in der Abhängigkeit und in dem Vertrauen darauf, dass Gott uns führt. Denn wer sind wir schon? Überleg mal für dich, würdest du heute an dem Punkt stehen, wo du stehst, wenn nicht Jesus dich dahingestellt hätte? Ich für meinen Teil auf gar keinen Fall. Ich würde heute nicht hier stehen und an diesem 1. Januar oder wann auch immer du dieses Video anschaust, dir diesen Impuls geben, wenn nicht Jesus mich hierher gestellt hätte. Denn wer bin ich schon? Was habe ich schon zu bringen? Aber auf das Wort Jesu hin, weil er uns sendet, sind wir herausgefordert, loszugehen. Und wir sind nicht nur herausgefordert, irgendwie ein bisschen die Beobachterrolle einzunehmen, sondern wir sind herausgefordert, als Boten, als seine Gesandten in dieser Welt zu sein, in dieser Welt unterwegs zu sein. Paulus sagt einmal in 2. Korinther 5, Vers 20, ihr seid nun Botschafter an Christi statt. Botschafter bedeutet, im Namen von Jesus irgendwo hinzukommen. Und dort, wo der Botschafter hinkommt, da kommt der Herr selber. Dort, wo du hinkommst, kommt Jesus. Dort, wo du hinkommst, kommt Jesus. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich euch diesen Text hier mit Herodes auch noch mit vorlese. Aber ich glaube, das ist enorm wichtig. Denn was passiert hier? Ich glaube, wir haben einen kompletten Kontrast. Auf der einen Seite die Jünger, die herausgefordert sind, mit nichts loszugehen. Und auf der anderen Seite Herodes, der alles hat und der gierig danach ist, der begierig ist, Jesus zu sehen. Aber nicht, weil er ihm dienen möchte, sondern weil er irgendwie, ja er will was erleben. Und später heißt es dann sogar, dass Jesus zu Herodes gekommen ist. Nämlich beim Prozess, wo Jesus vor Herodes steht. Und da sieht Herodes ihn. Aber Herodes bleibt in der Beobachterrolle. Herodes ist kein Gesandter. Er ist auch keiner, der im Namen Jesu unterwegs ist, sondern er guckt einfach nur an, beobachtet. Und es hat mit seinem Leben nichts zu tun. Ich möchte dich herausfordern, heute an diesem ersten Januar, dass du dich darauf einlässt, mit Jesus und für Jesus ganz neu unterwegs zu sein. Und vielleicht neue Schritte zu gehen, hinein in ein neues Land, um Neues zu entdecken. Um Neues mit Jesus und vielleicht auch von Jesus zu entdecken. Denn mit Jesus unterwegs zu sein, das ist tatsächlich wie so eine Entdeckungsreise bei Kolumbus. Und du entdeckst vielleicht diese oder jene neue Insel. Und du kannst gespannt sein, was dort auf dich wartet. Und du kannst gespannt sein, was du dort auch entdeckst. Vielleicht ganz neue Facetten von Gott. Vielleicht ganz neue Facetten von dem, was er mit dir und mit deinem Leben so vorhat. Die Frage ist, wie kann das jetzt konkret aussehen? Und ich habe dir vorher schon gesagt, ich möchte euch heute zwei Sachen vorstellen. Das Erste, was ich euch vorstellen möchte, das ist so ein Herzensprojekt gerade von mir. Und zwar ist es ein Projekt, wo es darum geht, für unsere Kinder und Jugendlichen, die wir auf den Camps immer dabei haben, Bibeln zu besorgen. Jedes Jahr kommen auf unsere Camps in Großohrmdronn ungefähr 450 Kinder und Teens. Und ungefähr ein Drittel von diesen 450 Kindern und Teens kommen nicht irgendwie aus christlichem Kontext. Und viele von denen haben keine eigene Bibel. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen kleinen Fonds einzurichten, um diesen Kindern und Teens für einen Euro eine Bibel zu geben. Aber nicht nur irgendwie eine ranzige Bibel, die nicht ihre Sprache spricht, sondern eine Bibel, die sie wirklich verstehen. Für die Kinder eine gute Nachrichtbibel und für die Teens eine neue Basisbibel. Und jetzt kommst du ins Spiel. Du kannst nämlich für dieses Projekt spenden. Du kannst etwas in einen kleinen Fonds einzahlen und von diesem Fonds wollen wir den Kindern und Jugendlichen dann Bibeln geben, damit sie sich auf diese Entdeckungsreise begeben können. Dass sie losgehen können, losziehen und entdecken, was Gott für einer ist und was er für sie hat. Das Zweite, was ich euch vorstellen möchte, das ist ein Projekt, das ich richtig genial finde. Wir hatten im letzten Jahr unsere Leiterschmiede. Und wir haben uns überlegt, dass wir das Thema Schmiede neu auflegen wollen. Um was geht es bei einer Schmiede? Bei einer Schmiede ist es ja so, dass ein Schmied ein Stück Eisen nimmt und er hält es ins Feuer und dann fängt er an, mit dem Hammer dieses Stück Eisen zu schmieden, zu formen. Bei der Glaubensschmiede, die wir jetzt im Jahr 2022 auflegen wollen, geht es genau um das, dass du geformt wirst. Und zwar von Gott. Wir wollen gemeinsam ein Buch lesen. Und zwar das Buch Ewigkeit ist jetzt von John Erdberg. Und ich habe enorm viel Gutes von diesem Buch gehört. Ich habe es selber auch noch nicht gelesen. Ich will es gemeinsam mit euch lesen, um zu entdecken, was Gott für einer ist. Dieser ewige Gott, der schon immer war, der ist und der immer sein wird. Und ich lade euch ein, euch mit mir gemeinsam auf diese Entdeckungsreise zu machen. 2022. Ein Jahr, ein Jahr der Aufbrüche. Ein Jahr, Neues zu entdecken. Vielleicht nicht wie Christopher Columbus, Amerika, aber ein Jahr, um ganz neu zu entdecken. Wie genial das ist, gemeinsam als Ezehler unterwegs zu sein. Und ein Jahr, um ganz neu zu entdecken, wie genial und wie groß unser Gott ist. Macht ihr euch mit mir gemeinsam auf die Reise? Dann kommt mit.